Er schreibt schon in der Doppelwoche in den Chat. Leute, hier hackt einfach einer. Hier hackt einfach einer. Schon wieder? Ja. Hä, die hacken hier die ganze Zeit, ohne Witz. Er hat einfach so, innerhalb von zwei Sekunden ist er in die Mitte gefasstbridget mit so einem wackernden Kopf. Ich will ein anderes Kid. Fuck, ich hab schon wieder das Enderpellen-Kid. Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist die Doppelzettel und willkommen zu einer neuen Folge der Doppelwoche zusammen. Genau, ich bin's. Wie heißt du? Bist du Mr. Mysterious oder bist du Rix-Denam? Ich bin Klix-Denam. Rix-Denam bist du, Leute. Willkommen zu einer neuen Folge. Nee, das bist du, du Dummkopf. Ich bin der Andere. Hey, bei mir stand, dass du Rix-Denam heißt, oder? Ich konnte mich gerade selber sehen. Bist du gerade unten? Ja. Ja, dann bist du Rix-Denam. Ja, dann bin ich doch Rix-Denam. Das ist ja verrückt. Ja, das ist aber ziemlich... Das ist aber ziemlich geil. Hast du schon mal Lucky Wars gespielt? Ja, ich hab so richtig viele Lucky Wölfe jetzt bis dato. Und ein Lucky Schwert hab ich auch schon. Geil, das ist wirklich geil. Lucky Wölfe, was? Lucky Wölfchen? Dicker Fuss. Lucky Wölf. Was hast du für ein Kit genommen, Armener? Den Lucky Soldier da, der mit den drei Lucky Blöcken. Sagt mir gar nichts. Ich habe das Enderkit-Kit genommen. Wenn ich das Eis abbaue, muss das auch schmelzen, ne? Ne, ne. Oh, gut, ich dachte schon. Ja, ist ja cool, dass man das nicht mehr machen muss. Bin ich auch total begeistert. Oh, hier gibt's ja Chaos. Hab ich total vergessen. Was kann man denn mit dem machen? Mit den Kühen? Ja. Die geben Goldäpfel. Oh, noch eine Enderperle. Brudi. Brudaha. Die geben Goldäpfel. Brudaha. Brudi, wir brauchen Rüstung, ne? Brudikraft. Mit Tadel und Adi. Und manchmal auch Eze. Du warst da auch mal zu Besuch, ne? Richtig. Ich bin total langsam gerade. Warum? Weil mein Kopf sehr langsam ist. Ja, das kennt man ja von dir, ne? Ja, richtig. Erzähl mal was über deine Vergangenheit so. Damals war alles richtig schlimm. Ja? Jetzt ist besser. Als es mit der ersten... Nein, oh Gott. Die erste Doppelwoche. Wenn man immer so irgendwie... Ne, ich würde es doch gar nicht ansprechen. Hä, gibt's hier keine Workbench oder sowas? Gibt's eh. Ich weiß noch nicht wo. Egal, mach ich mir eine eigene. Workout-Dies. Ich mach mir ein Dias-Schwert. Ich hab auch Dias. Wie viele Dias hast du? Jetzt nur noch eins. Ja, gib mir den. Okay. Dann komm. Schuhe machen. Wo bist du denn? Ich bin oben. Ich auch. Wo bist du? Wir sind so langsam. Ich hab auch noch eine Ender-Perle für dich. Dann haben wir beide einen und dann können wir zerbersten. Du bist nicht oben. Doch, ich komm jetzt hier hoch. Ich muss mal ganz kurz sich gedulden auch. Okay. Der Mr. Mysterious ist ein bisschen dumm, Izzy. Ja, wir sind alle ein bisschen dümmlich. Komm mal her, ich bin in der Crafting-Box. Ja, ich seh dich. Hier. Bist du mich? Ja, da ist dein Gold-Dings da. Damit mein ich dir. Ich baue uns schon mal in die Mitte ganz schnell. Oder wir porten uns mit der Ender-Perle in die Mitte. Ich mach das einfach. Ja, das machen wir. Ich hab Lucky-Schwert. Komm. Ich hab nicht ge... Oh, hoffentlich passt das. Ja, gut, dass du mir die Ender-Perle nicht gegeben hast, Izzy. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Oh, da ist einer vollekippt, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist down. Izzy, gut, dass du mir die Ender-Perle nicht vollgegeben hast. Ja, ich komm gleich wieder. Ich musste das unbedingt regeln. Das war einfach meine essentiell wichtige. Das ist noch irgendwer. Oh mein Gott, ich hab grad keine Lust. Oh mein Gott, ich hab grad keine Lust. War das gerade das Kill of your life? Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Ja, ist ab. Oh mein Gott, ich werd sterben. Nein, 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 nein. Oh nein. Hilfe. Rivi, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich muss wieder zurück. Ich muss wieder zurück. Oh. Oh nein. Was machst du denn, Junge? Was ist denn mit dir? Oh Mann. Ich bin tot. Ja, warum bist du denn so scheiße? Ja, weil ich voll attackt wurde. Ich war eigentlich richtig gut drauf. Ja, Leute, was geht? Hedge, willkommen zu einer... Hedge, willkommen zu einer neuen Runde. Wir sind wieder mit am Start. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass das immer die gleichen Maps. Irgendwie so in der Art. Nein. Ich gönne mir direkt... Was ist denn das? Ein Braustand, Junge. Ich glaub, den hab ich in Minecraft mein Leben... In meinem Leben vielleicht zweimal gesehen, so ein Ding. War das denn für dich ein Erfolgserlebnis oder mehr? Nicht so. Das war einfach das geilste Erlebnis. Ist Kette besser? Ich nehm einfach Kette, weil ich einfach Kette geiler finde. Irgendwie, lassen Sie in die Mitte gehen, komm. Willst du direkt schon, oder was? Ja, klar, Brudi. Ja, okay. Aber warte. Warte, ich komm jetzt... Ja, okay. Warte. Ich hab aber nur ne Dia-Achse, aber das sollte eigentlich in der Mitte reichen, oder? Reichen, ja, ja. Warte, ich mach kurz... Ich mach kurz ein Dia-Schwert und jetzt können wir dann los. Okay. Willst du mir auch eins machen? Nee, kann nur eins machen. Warum? Bist du bereit? Bist du bereit? Ja, warte. Ich muss das Ganze hochbauen. Warte, Mann. Ja, Izzy, Mann. Ganz ehrlich, Mann. Du stressst mich auch ein bisschen. Hier sind Kisten, ne? Die kannst du looten. Ah, paar looten. Guck mal, das ist sogar Dia. Da kannst du dir noch ein Dia-Schwert schnell machen. Ja, mach ich das schnell, oder? Ja, mach schnell. Achtung, Izzy, es geht leicht los. Was geht los? Wir craften gerade. Ach so. Das hört sich bei dir so an, oder was? Ja, ja. So, okay. Ich bin bereit. Komm, wir gehen in die Mitte rein. Ja, warte. Ich mach mir noch ne Hose. 2, 1. Enderpearl, Angriff! Hast du noch nicht gemacht, oder? Ich bin runtergefangen. Nein. Bist du ernsthaft jetzt unten? Warst du Reiser? Nein. Hä, was denn jetzt? Ja, ich bin tot. Och Mann, was ist denn das? Ich bin jetzt in der Mitte. Ich setze mich jetzt hier... Ne, ich wollte gerade sagen, verriere wie einer. Das macht man nicht so was, ne? Egal, da mach ich ne YOLO-Runde. Da mach ich ne YOLO-Runde. Wenn du direkt stirbst, dann mach ich YOLO. YOLO! YOLO! Damit wird der niemals rechnen. Ich... Als ob jetzt irgendwer anders den schon mit Schneebellen abwirft. Und jetzt wir auf deiner Welt schafft dich, du Loppen. Und jetzt ist hier keiner mehr, oder was? Doch, hinter dir, hinter dir, easy! Wow! Ich hab kein Leben mehr! Ausweist du dir ne 1er-Runde, Mann! Gott, diesen Scheiß-Server! Okay, Leute, wir sind wieder drin in der Runde und schon wieder alles gleich hier. Gleiche Map. Gleicher Spaß. Und es wird wahrscheinlich wieder die gleiche... Okay, easy, ich hab alles. Komm in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Oh, und... Ich brauche wenigstens... Warte, ich brauche irgendwas. Ich hab ein Schwert, komm. Hier ist hier nur Kacke drin. Easy, in die Mitte jetzt! Warte, ich hab doch noch nicht mal noch was Cooles. Als ob du jetzt direkt bist. Du bist so direkt... Ah, bin ich. Ich bin direkt in der Mitte jetzt schon. Ich hab gar nichts, Alter! Komm jetzt, Alter! Alter! Bist du echt in der Mitte? Ich bin in der Mitte, ja? Ja, ich komm auch. Ah! Ich hab die. Ich hab die Mitte, ich hab die Mitte. Okay. Ja. Ich bin auch in der Mitte. Vor allem, ich hab die. Ich hab die gefunden. Du bist der Jammesd. Ich bin der Jammesd. Wir müssen ja... Irgendwie oben gibt es, glaube ich, Lucky-Blöcke. Wir lassen sie hochbauen, oder? Ja, ich hab ja gar nichts. Die sind einfach in die Mitte. Ich hab nicht mal irgendwas. Oh, hier sind ganz viele Lucky-Blöcke. Oh, ne Dia-Hose. Nice. Die kann man töten, die Kühe. Dann kriegt man Gold-Epfel. Töte den! Töte den! Easy, hilf mir! Easy, hilf mir! Ja, mach ich, mach ich. Dann kriegen wir dauer, kriegen wir dauer. Ja, nice, Alter. Weckgeteamt den Horn, sohn. Pass auf, wir wollen weitermachen. Oh, ne, Gold. Immer ziehen wir nur den Gold-Apfel essen. Ja. Warte. Und hier kriegen wir Elias noch. Guck mal, wie viele Gold-Epfel wir bekommen hier durch. Richtig geil, okay. Easy, pass auf. Ich mach Crafting-Box und dann ziehen wir uns mal ein paar bessere Sachen. an hier. Okay. Hier, kannst du die, hast du Holz hier an, ne? Äh, ich weiß nicht, ja, glaub schon. Pass auf, ich mach mir ganz kurz ein Dia-Schwert. Möchtest du auch eins? Ja. Oder hast du, hast du, hast du, hast du... Ich kann mir eins machen. Dann mach dir eins, dann mach dir eins. Dann mach du dir selber eins. Okay. Ohne, ich brauche erstmal Six. Ich hab so viele Tränke, Mann. Wie geil ist es? Es ist übertrieben geil, Mann. Das ist die Runde, Alter. Das ist Sparta. Ja, scheiße. Das wird ne geile Zeit. Hier brauchst du noch Eisenhose. Hier, Eisen, verzaurte Eisen. Eisenhose, Eisenhose, Junge, Eisenhose. Wo ist die denn? Die liegt da irgendwie hinter der Box. Ich hab fünf Goldäpfel, wie viele hast du? Äh, drei. Okay, dann passt das dann. Das sind Durst, zwei mehr. Hab ich rausgeräumt. Ich muss essen, ich muss essen, ich muss essen. Ich mach Sprungkraftdrank. Sonst kann nichts mehr passieren. Hier ist noch mehr, hier ist noch mehr Dia. Hier auch Jump Boost. Gönne ich mir auch. Hast du noch mehr Dias? Da unten ist einer, da unten ist einer. Komm, den ficken wir. Okay, warte. Goldäpfel, Goldäpfel, Lahn. Oha. Junge, zerstört, Junge. Ja, man hat abgestaubt, Izzy. Hä, ist hier noch einer? Ich hab viel zu viel Zeug. Ich hab viel zu viel Zeug. Schutz, Schutz. Brauchst du noch Eisenschuhe? Nee, ich hab noch Dia, Brudi. Ich hab ne Lucky Potion, Diggi. Die ist gut, ne? Weißt nicht, Diggi? Bruder, können die? Ah! Ich hab noch Eisen und Wasser. Ach, Eisen und Wasser. Eisen und Wasser, das ist aber die beste Kombo. Eisen und Wasser, Alter. Lass mal, hast du noch Ender Pearls? Nee, Diggi. Ich hab drei Stück, Brudi. Diggi, gib mir eine mindestens. Lass einen Lucky machen. Komm, wir fick dir einen. Ja, los, gib mir. Gib, gib, gib. Hier, Brudi. Gib, Brudi. Welche Richtung müssen wir? Brudi, gib, gib. Warte, ich hab so ein Kompost. Kompost. Äh, wir müssen nach da. Genau da müssen wir hin. Da müssen wir hin, Brudi, Brudi. Ein Zwei, drei, los. Äh, Bom. Oh, ich hab ganz knapp getroffen. Nein! Du nicht? Nein. Hä? Warum, Alter? Wie werfen wir denn immer die Ender Pearls, dass er das gar nicht auf die Reihe... Ach, man wirft die immer da oben gegen die Bäume. Deswegen klappt das nie. Warum ist das denn auch so eine ranzige Map, wo man das... Alles klar. Alles klar. Er hat auf jeden Fall überhaupt nicht reingecheatet. Hä, was ist denn passiert? Ach, ich hab einfach keinen einzigen Schlag setzen können, weil ich also auf einer Distanz gehalten worden bin von tausend Blöcken. Oh, Izzy, Zweier-Teams. Schnell, komm, Team, äh, Team, Team, Team Pink, Team Pink, Izzy, wir sind Team Pink. Okay, okay. Team Pink, Team Pink, Team Pink, Team Pink, Team Pink, 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 und dann gehen wir direkt in der Base, schnell, steigen wir und dann in die Mitte. Okay. 3, 2, 1, äh. Ja, liebe Freunde, was geht denn? Willkommen zu einer neuen Runde von Ender Games. Ja, Leute, was geht denn? Mein Name ist jeder, bis Sie hier und willkommen zu einer neuen Folge Doppelwoche. Izzy, okay, ich hab was. Ja. Also, ich hab noch kein Schwert. Hast du ein Schwert? Äh, ich hab gar nix, Alter. Izzy, ich hab ein Schwert, komm in die Mitte, komm in die Mitte, komm in die Mitte, Izzy. Chill dein Lifestyle. Ich wär zu gern ans Meer. Oh Gott. Bin in der Mitte, Izzy. Was? Als ob? Ich hab diese Stark-Axt. Stark-Axt, diese Stark-Axt. Stark-Axt. Izzy, die ist stark, die Axt. Ja, ich glaub dir das, aber ich brauch Holz. Warte, ich brauch Holz. Guck mal, die ist Knaller. Izzy, ich bin in der Mitte. Ja, ich komm jetzt auch gleich. Gib mir ein Minütchen. Izzy, du musst dich beeilen, ne? Ja, gib mir ein Minütchen. Geil, die Villager, die Lucky-Villager sterben einfach direkt. Ist gut gemacht eigentlich. Kann man nicht anders sagen. Warte kurz. Ich geb mir ein Minütchen. Izzy, bitte. Oh, Lucky-Diamond-Pickaxe. Izzy, ganze Mitte. Ich hab noch so eine Stark-Axt, Izzy, komm. Was für eine Stark-Axt, Mann? Komm jetzt in die Mitte. Bau die Ender-Steine ab. Gib mir ein Minütchen. Izzy, komm bitte, Mann, ich sterbe gleich. Ich bin tot, Izzy, geil, danke. Bist du echt? Nein, aber du musst dich mal beeilen. Ich bin ernsthaft, weißt du? Okay, warte, vielleicht hab ich's diesmal. Ich komm in die Mitte. Ich bin da. Bist du da? Ich bin oben, ganz oben in der Mitte. Ganz oben bin ich. Ich komm auch. Gibt's da geile Sachen? Nee. Ich hab ein Gift-Dolch. Ein scharfer Dolch. Dolch. Starken Gift. Dolch. Ich hab ein Gift-Dolch. Ich hab eine Gift-Dolch, Izzy. Guck mal. Geiler Dolch. Ey, Dias abbauen, immer Dias abbauen. Geiler Dorsch auch, übrigens. Izzy, gib mir die Dias. Mann, gib mir die, Mann! Ey, das ist doch nicht dein Ernst, dass wir die nicht abbauen, weil du dich davor... Izzy, gib mir mal bitte, gib mir mal den einen Dias, den du hast, bitte. Was hast du vor, Mann? Ich hab gar nichts, guck mal. Gib mir auch was. Mach dir jetzt was. Hier. Izzy, willst du Dias-Schwert haben? Ich will Essen haben. Ich hab Dias-Schwert. Ich hab Dias-Schwert. Okay, Brudi. Ich hab Gift-Dolch. Ich hab Gift-Dolch. Ja, geil. Lolch, Lolch. So, komm, hast du noch eine Enderpearl? Habt die doch benutzt, um in die Mitte zu fliegen. Vielleicht hast du ja noch eine gefunden, Alter. Nein, ich hab gar nichts, weil du mir alles geklaut hast. Izzy, hier sind keine in der Mitte, pass auf. Okay, was machen wir jetzt? Wir haben die Mitte, wir haben die Mitte. Ey, die Mitte ist totale Kacke hier auf der Welt. Wir müssen nur auf Gold-Spawns warten, ganz ruhig. Ich hab gar nichts, Alter. Ich hab nicht mal Blöcke, um mich zurückzubauen. Hast du noch Bronze? Dann müssen wir das Bett abbauen. Komm, rüber. Junge! Ja, was denn? Ich hab gar nichts. Hast du irgendwas, was du mir geben kannst? Komm her jetzt, Izzy, hier, klar. Auf den ersten Anblick, diese Waffe sehr gewöhnt. Hier, Schwert der Stärkhalter, die macht richtig Damage, Junge. Ehrlich jetzt. Na, drei, Junge. Hast du Blöcke, um dich irgendwo hinzubauen? Äh, zwölf. Oh, Mann. Dann müssen wir das, dann bauen wir jetzt hier die Mitte ab. Okay. Das ist ja auch eine Taktik, ne? Nee. Ich hab den Ebel nicht immer gemacht. Mitte bauen heißt das bei, ähm, ja. Gut, Emagy Waterboost auch gleich mal versuchen. Okay, Izzy, ähm, lassen, nach drüben gehen zu einem Team und das dann töten. Ja, und wie kommen wir da hin? Ja, mit Splöcken, Alter, und der Kraft der Freundschaft. Denk da mal nach. Was für Splöcke? Ich hab keine Splöcke. Hast du keine Splöcke? Hast du denn Giftdolch? Ein Giftdolch. Izzy, schau mal hier, die hier, guck mal. Das sind alles nur halbe Blöcke hier. Izzy, guck mal, die hier drüben, die sind richtig distracted. Komm, ich geh rüber, Izzy. Wie gehst du rüber? Ja, hier, guck. Wohin? Izzy, hier. Wo? Ja, komm raus. Wohin? Ja, ihr nach draußen. Ich muss erst noch Dolch. Bist du das da vorne? Ja. Okay. Jetzt kann ich, ich komme. Ich geb mir erst mal ein bisschen Volldamage und jetzt komm ich. Wie viele Blöcke hast du? Manchmal packen diese Blöcke einfach weg hier, das ist so behindert. Okay, ich bin da. Okay, Izzy, bau dich weiter rüber, bau dich weiter rüber, komm. Okay, okay. Oh, der ist weggebackt. Komm, ich geh direkt drauf und zack, weg, never come back. Hey, hast du's gesehen? Der ist weggebackt. Ja, super, GG. Bester Server auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Ja, egal, Leute, das war es jetzt hier in der heutigen Folge, dass wir einfach totaler durch sind, dann die ganze Zeit, Leute. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Checkt auf jeden Fall die Rewin-Zeit aus, der ist unten in der Beschreibung, ganz oben verlinkt. Ich würde sagen, das war eine typische Rewin-Zeit-Issi-Runde, Leute. Wenn's euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben und... Und wenn ihr wollt, dass wir zusammen heiraten, lasst 100.000 Daumen hoch da. Aber nur, wenn wir zusammen heiraten, Leute. Ansonsten sehen wir uns in zwei Tagen bei der neuen Folge Doppelwoche. Und, Rewi, was gibt's bei dir so auf dem Server? Ähm, Spaß und Spannung. Und man kann Premium kaufen. Sehr gut, Leute. Das war's für heute. Take this. Es ist hier neben das Leben zu ernst. Bis dann und tschüss.